Gestalten Sie Ihre eigene Bildergalerie für zu Hause mit KappaFix. In nur wenigen Handgriffen lässt sich Ihr Wunschbild auf die selbstklebende Leichtstoffplatte aufkaschieren. Digitaldrucke, Bilder, Poster, Pläne, Urkunden oder Landkarten lassen sich auf dieser Grundlage optimal aufziehen und präsentieren. Zum Aufziehen des Motivs die Abdeckfolie nur wenige Zentimeter von der Kleberschicht lösen und umfalzen. Danach das Motiv auf den noch abgedeckten Teil der Platte legen, über die Kleberkante schieben und genau an der Kante der Platte positionieren und von der Mitte zu den Rändern andrücken. Die Folie langsam Stück für Stück vom Kleber lösen und das Bild fortlaufend mit einem gerollten Küchentuch oder einer Gummirolle nach und nach auf den Kleber drücken und glatt streichen. Überstehende Bild- oder Plattenkanten lassen sich kinderleicht mit einem scharfen Cutter wegschneiden. Die Plattenkante zuerst mit dem Cutter bis etwa zur Hälfte durchschneiden und dann beim zweiten Schnitt komplett abtrennen. So ergeben sich klare Konturen ohne Krümeln. Beim Aufhängen der Bilder lassen sich durch den Einsatz von Abstandhaltern, die man schnell und kostengünstig aus Kappa-Fix-Resten zuschneiden kann, interessante Tiefeneffekte erzielen. Die Abstandhalter werden einfach oben und unten auf die Platte geklebt. Zur Befestigung an der Wand empfehlen wir Kappa-Metallaufhänger. Diese können mit Widerhaken einfach in die Platte gedrückt werden und sind bei Ihrem Kappa-Händler erhältlich. Kappa-Fix-Platten- und Klebefolienreste können einfach über den Hausmüll entsorgt werden. Ob klein, ob groß, ob bunt oder schwarz-weiß, mit Kappa-Fix setzen Sie Ihr Wunschmotiv im Handumdrehen gekonnt in Szene. Das Handling ist schnell, federleicht und einfach. Lassen Sie Ihre Kreativität freien Lauf mit Kappa-Fix, der selbstklebenden Leichtstoffplatte von 3A Composites.